hallo und herzlich willkommen zu minecraft monstras so wir spielen jetzt schon die dritte stunde und genau der ausgang war hier habe ich mir jetzt auch gerade eben mit dirt markiert dass ich das auf jeden fall weiß und kommt schon ich mag solche leute nicht machen noch bis die spitze kaputt ist kam hier ein bisschen weiter danach würde ich sagen rüsten wir uns mal richtig aus machen können wir auch eine richtige höhlen tun machen oder dann strip meinen wir mal ein bisschen denn das hier ist mir etwas zu gefährlich muss ich ehrlich sagen und ich brauche unbedingt redstone was man eigentlich nie brauchen kann brauche ich jetzt wirklich zum verzweifeln und drei diamanten das hier leider keine rubine drin ergibt dann kann ich die maschinen für mich arbeiten lassen ich arbeite natürlich auch noch selber weil die maschinen arbeiten ziemlich langsam aber trotzdem habe ich dann teil der arbeit abgenommen bekommen und kann mich mal auf andere sachen zu konzentrieren was immerhin schon etwas ist cool von dem bekomme ich strange ach so ja wenn ich die abbaue kann kann ich die vielleicht zum neuen kristall zusammenbauen und dann mal mir zu hause irgendwo hinstellen aber an die anderen komme ich jetzt nicht dran schade weg ähm amber ich weiß nicht wofür man das braucht muss ich ehrlich sagen oh ich merke gerade dass ich richtig schöne frame einbrüche habe die kommt auch noch mit die kommt auch noch mit was ist das granit kenne ich nicht marble also ich kenne nur ein anderes marble das ist quads haben wir hier noch was schönes ich wette nicht darum müssen wir noch ein bisschen davon ok würde ich mal sagen da es auch nacht wird begeben wir uns auf den weg nach hause und machen uns mal eine anständige rüstung und ein anständiges schwert und ich habe leider nicht geguckt was es mit diesem tinker construct auf sich hat dummerweise ähm kann ich euch jetzt leider nicht sagen so was ist das ich glaube ich baue mal hier dafür die storage boxen hin dafür habe ich die auch gecraftet denn die haben den vorteil dass die sich aneinander bauen lassen und damit naja jetzt ist ein Sortierungstool darüber man einfach den ganzen miste rein tun kann und naja wenn man drauf klickt ist immer was anderes am anfang das ist das problem aber es bringt auf jeden fall platz für sachen die man im moment nicht braucht granit cobblestone pal cobblestone sandstone cobblestone 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 brauche ich wahrscheinlich noch weil sowas hier kann ich auch das mal ein bisschen aussortieren den ganzen schatz die fire shards brauche ich das weiß ich kann ich eigentlich hier lassen ansonst was brauche ich davon alles ich weiß es nicht ich habe einfach keine ahnung oder nicht so viel ahnung hiervon was die bauen sich nicht zusammen die haben sich zusammen gebaut die nicht doch die haben sich auch zusammengebaut und die haben sich nicht zusammengebaut was passiert denn wenn wir die storage boxen hier vorbauen ne 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 schade puh achso man muss shift gedrückt halten gut dann nochmal abbauen ja ich verschwinde gerade meine axt aber muss shift gedrückt nein stopp mal so shift gedrückt halten so funktioniert das jetzt hier nicht dann baue ich hier einfach zwei eigenständige hin aber aber jetzt ihr sehen könnt ist hier jetzt das grüne nicht mehr da jetzt haben wir hier mehr platz drin und hier haben wir auch was drin das benutze ich nachher für die query um da eisen rein zu tun damit man das nicht braucht cuppa knife ja ich habe jetzt gerade keine guten bindings oder bindings deshalb wird das so ne so so geht das nicht nein ich brauche dafür wahrscheinlich iron ingot ja das kann ich jetzt leider nicht bauen weil ich keine smeltory habe dummerweise dann kann ich ein cuppa teil bewahren ja so habe ich zumindest was denn schwerter brauche ich eigentlich gar nicht im moment ich habe noch ein gutes schwert 6 attack damage 6 attack damage reinforced hm komm wo ist das zinn hin äh hab ich gerade das zinn hier rein getan nein 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 ach hier ist das zinn gut was brauche ich denn noch an rüstung ich habe alles öh komm ich bei mir noch ein mal gucken wie viel das kostet hier bronze zu machen gut es gibt vier dann haben wir hier schon mal bronze acht bronze daraus kann man sich ja eine super gute brustplatte bauen und ja die pickaxe wird nicht lange halten kann ich mir daraus noch eine pickaxe und äh und sowas machen so ach da haben wir auch noch eine headshot mhm sticks haben wir auch da iron ingot warte mal was ist da drinne da ist nichts drinne dann tue ich mal das iron da rein und das ding das ding ist das